Sehr schön. Dann würde ich sagen erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Eigentlich hatten wir das für letztes Jahr schon mal geplant. Jetzt ist gerade von dem Podcasting-Leitfaden eine neue Version rausgekommen. Da bietet sich das ja an. Ich will heute bei der Session euch mal den sogenannten LernOS-Podcasting-Leitfaden vorstellen, ein bisschen erklären, was das ist, wie es dazu gekommen ist. An mich an der Stelle auch bedanken, weil ihr als Telekom auch Supporter von LernOS seid. Er windet sich im Stream. Vielen Dank dir. Unterstützt es auch immer super, dass so Sachen entstehen können. Und ich hoffe natürlich, das wäre so mein Ziel, dass der eine oder die andere Podcaster oder Podcasterin hinten rauskommt, weil, der Shaquille hat es gesagt, ich finde persönlich, Audio gerade in einer Zeit, wo es über viel komplexe Themen zu berichten gibt, Hintergründe zu wissen gibt, eine sehr wichtige Geschichte. Das sind viele Sachen, die kann man nicht so gut im Text erklären und vielleicht Video ist zu aufwendig an vielen Stellen. Deswegen denke ich, ist der Podcast ein sehr schönes Medium dazwischen. Und nachdem Podcasting ja jetzt in den letzten Jahren im Internet sehr hip geworden ist oder fast keine Firma mehr, die keinen Podcast mehr hat und alle wollen irgendwie mit ihrem Audio auf Spotify und da werden Podcaster eingekauft für teuer Geld, freut es mich zu sehen, dass nach und nach das Thema Podcasting eben auch in die Intranets Einzug hält. Und da werden wir auch ein bisschen drüber sprechen, was da vielleicht so Use Cases sind und wo man das einsetzen kann, weil das ist so ein bisschen anders, die Anwendungsszenarien wie intern. Ich würde meine Spur mit aufzeichnen, dass wir ein Recording haben, falls jemand das hinterher anschauen will, ihr seid aber nicht mit drauf. Das heißt, ich würde es so machen, dass ich am Anfang euch einen kleinen Input gebe, einen kleinen Impuls. Ich habe einen Blick auf den Chat, also wenn ihr Fragen zwischen rein habt, dann könnt ihr mir da einfach die da reinstellen. Entweder sehe ich sie sofort und gehe darauf ein oder wir machen das dann eben im Nachgang. Genau, zu mir, ich habe gar keine Folie zu mir, ich nehme da immer mein LinkedIn-Profil, wer Lust hat, kann da gerne draufschauen und sich da mal umgucken. Ich komme ursprünglich aus dem Kontext Elektrotechnik, also habe mal Digitale Nachrichtentechnik studiert im Nebenfach Philosophie, so bin ich irgendwie aufs Thema Wissen gekommen. Und das Ganze in Erlangen, in der Nähe vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, das ist das Institut, wo MP3 herkommt, also der Audio-Codec. Und da habe ich auch im zweiten Semester angefangen, als Werkstudent zu arbeiten. Und obwohl das eigentlich nicht meine Abteilung dort war, habe ich da so ein bisschen meine Liebe auch zum Audio entdeckt. Also bin da sehr früh eigentlich schon zu so Audio-Themen. In den 90er Jahren war das ja alles noch schwierig. Da gab es noch so Sony-Mini-Disc-Rekorder und wenn man Musik runtergeladen hat, hat es ewig gedauert. Und vielleicht kennt ihr Winamp noch und so Sachen. Also mit den Dingen habe ich mich da recht frühzeitig schon auseinandergesetzt. Und wie gesagt, wer da Lust hat, kann da gerne auf dem LinkedIn-Profil mal stöbern. Darum soll es aber heute nicht gehen. Ich würde euch gerne den Lern-Oise-Podcasting-Guide mal vorstellen. Zunächst mal ein kleines Zitat, was da drin steht. Und zwar von dem Berthold Precht, schon aus den 30er Jahren. Der hat mal was Schönes über den Rundfunk gesagt. Und zwar hat er gesagt, der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens. Ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es für Stünde nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer, heute müsste man sagen, und die Zuhörerin natürlich, nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehungen zu setzen. Und ich finde, das ist was, was wir jetzt in den letzten Jahren an ganz vielen Stellen in Intranets von Organisationen gesehen haben. Das Zitat stammt jetzt noch aus der Zeit von Massenmedien, also von Radio und von Fernsehen. Dass die Intranets so seit den 90er Jahren eigentlich eher so ein Verkündungs- oder Aussendungsmedium waren. Und beginnend mit der ganzen Web-2.0-Welle, also Blogs, Wikis, später dann Enterprise-Social-Networks, eben zunehmend auch zu einem Kommunikations- und damit auch zu einem bidirektionalen Medium zu werden. Und wenn man jetzt den Bertolt Brecht quasi auf dem heutiges Intranet anwendet, dann könnte man sagen, sozusagen durch Podcasting und die Reaktion von Podcasts aufeinander und die Kommentarsysteme könnte eben durch Podcasts intern das Intranet genau zu so einem Kommunikationsapparat werden. Also das ist so ein kleiner Teaser aus dem Leitfaden-Inhalt, da können wir gerne nachher dann auch noch ein bisschen tiefer reingehen. Genau, was will ich euch heute erzählen? Ich würde ganz kurz über LernOS sprechen. Es ist ja auch ein Link in den Folien, damit ihr wisst, was das eigentlich ist. Da geht es aber nicht so im Detail drauf ein, da gibt es ein anderes Video, das können wir gerne verlinken. Ich würde euch kurz erzählen, wie es zu dem Podcasting-Leitfaden kam. Es gibt jetzt schon ein Weilchen und hat sich so in einigen Stufen entwickelt. Ich würde euch auch aus dem Lernpfad ein paar Beispiele mal zeigen, also was da so drinsteckt, was man da lernt, wenn man dem Lernpfad folgt. Und dann habe ich noch eine Folie mit Links und ich hoffe, dass wir dann von der Dreiviertelstunde am Ende auch genug Zeit noch haben, um eure Folienquatsch, eure Fragen zu beantworten und ein bisschen zu diskutieren. Ich habe auch noch so eine Linksammlung dabei. Ich habe mal kuratiert, was sind denn so typische Formate im Intranet. Da hat man ja meine Sachen, die naheliegend sind, so Kampagnen, Strategieverkündung, Führungspodcasts. Aber da gibt es durchaus so aus dem Kontext von Collaboration oder Lern-Weiterbildungsformate durchaus auch noch andere Kontexte, wo man Podcasts sehr gut verwenden kann. Genau, Link zu den Folien packe ich nachher auch in den Chat und dann könnt ihr euch die da gerne anschauen und weiter verteilen. Genau, was ist LernOS? LernOS ist ein offenes System für lebenslanges Lernen und Lern der Organisationen, haben wir das genannt. Also das ist so eine Kollektion von Materialien, mit denen man quasi so vor dem Hintergrund, wir befinden uns ja so in dem Weg, immer tieferen Weg in die Wissensgesellschaft, Leute, Einzelpersonen, Teams, Organisationen fit macht, eben in dieser Wissensgesellschaft erfolgreich zu sein. Das kommt aus dem Esperanto eigentlich, ist ein Verb, ist die Zukunftsform von Lernen. Also das heißt so, ich oder wir werden lernen. Wir glauben fester dran, dass Lernen für viele Probleme, Herausforderungen, aber auch eben für Geschäftserfolg und Innovation eins der zentralen Kompetenzen ist, die man als Einzelperson braucht und eben eine Organisation auch braucht. Das großgeschriebene OS kommt natürlich aus dem Kontext der Digitalisierung, weil das ein sehr wichtiger Enabler ist, wenn man mit seinem Podcast denkt. Wenn man mit Alfred zusammen am Tisch sitzt, können wir sprechen über ein Thema, dann weiß ich irgendwas, was Alfred weiß. Wenn wir einen Podcast draus machen, dann können wir es hinterher ins Internet stellen und dann weiß es die ganze Firma und wenn wir es ins Internet stellen, weiß es theoretisch die ganze Welt. Also das ist einfach für viele Dinge, die wir uns im Business Management in den letzten 20, 30 Jahren überlegt haben, ist eben die Digitalisierung eine Möglichkeit, da so ein Skalierungshebel dran zu setzen. Genau, wir haben bei uns hier, ich komme von der Kocknern Akademie Nürnberg, wir haben 2016 angefangen, mal so unsere ganzen Gedanken rund um das Thema Wissensmanagement, Lern der Organisation eben in solche Materialien zu packen und das ist so eine Art Open Educational Resource, also die ganzen Leitfäden, die stehen unter einer offenen Lizenz, damit man die sich runterladend selber verwenden, anpassen kann. und die sind auf LernOS.org, also wer sich interessiert und dann eben auch auf GitHub verfügbar, das heißt auch alle Quellen, wenn ihr jetzt Grafiken seht oder so, die sind eigentlich immer in PNG und SVG Format verfügbar, sodass wenn ihr sagt, nette Grafik, aber zwei, drei Begriffe taugen mir dann nicht, dann habt ihr immer auch die Quellen, wo ihr das quasi beliebig anpassen könnt. Genau, warum so dieser offene Ansatz, letzter Satz dazu, da zitiere ich ganz gern den Professor Kuhlen immer, Professor Emeritus aus der Informationswissenschaft, der hat mal gesagt, Gesellschaften, die mehr Energie darauf verwenden, sich um Verwertung von bestehendem Wissen und Informationen zu kümmern, beziehungsweise um die Sicherung von Verwertungsansprüchen, als auch die Rahmenbedingungen, die die Produktion von neuem Wissen begünstigen, also Innovation, sind letztendlich, wenn man drauf schaut, in einer ökonomischen, wissenschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Abwärtsentwicklung, also egal in welche Bereiche wir schauen, Open Source Software, Wissensdokumentationen, Wikipedia, dieser offene, vernetzte Umgang mit Wissen ist eigentlich etwas, was sehr, sehr zentral ist für den Erfolg von Gesellschaften, unserer Meinung nach eben auch für Organisationen. Genau, soviel vielleicht vorab, ein bisschen Vorgeschichte. Jetzt kommen wir mal zu dem Leitfaden. Es gab vom Tim Pridloff, ich weiß nicht, wer den kennt, das ist so in der Independent-Podcast-Szene so ein sehr bekannter Name, der ganz, ganz viel getan hat für die Podcast-Szene, selber viele Podcasts macht mit seinem Label-Meta-Ebene, auch maßgeblich beteiligt war, so Veranstaltungen, die Subscribe als Podcast Barcamp auf die Beine zu stellen, selber ein Open Source Projekt hat, in dem der Podlove Publisher, so ein WordPress-Add-on entwickelt wird, mit dem er podcasten kann. Der hat mal ein Dokument veröffentlicht auf politische Bildung 21, das habe ich hier auch mal verlinkt, und das war ein Dokument, was mal so die Basics zu Podcasting irgendwie genannt hat, Mikrofongrundlagen, Kopfhörer und Headsets, Planung und Produktion, Formate im Podcast, wie geht man mit Aufnahmesituation, Studio und so weiter um. Und wie das oft so ist, politische Bildung 21 tut irgendwann mal ihre Webseite umstrukturieren und einer ist der Meinung, das ist schon so alt, dann nehmen wir den Link mal weg und auf einmal sind solche Dokumente weg. Die sind einfach nicht mehr verfügbar. Ja, deswegen hatte ich damals, ich hatte das PDF selber bei mir gehabt, das war glücklicherweise auch unter so einer Creative Commons Lizenz, dann habe ich gesagt, ich nehme das ganze Ding mal und überführe das in so ein Wikibook. Also da gab es dann hier auf Wikibooks, das ist ein Schwesterprojekt der Wikipedia, gab es da quasi eine Adaption, wo wir einfach erstmal gesagt haben, wir führen die ganzen Inhalte da rein. Das ist auch im Rahmen von so einem Podcast Barcamp entstanden. Später dann haben wir so Sketchnotes angereichert, da hat man so Sketchnotes zu Podcasting gemacht. Um das mal zu sichern quasi. Dann haben wir das irgendwann in das Format dieser LernOS-Leitfäden übernommen. Da sage ich später noch ein bisschen was dazu. War auch wieder im Rahmen von so einer Veranstaltung. Es hat der Marco, auch einer aus der Podcasting-Community, eine super lange Sketchnote gemacht. Habe ich auch den Link da drin. Ich klicke mal hier drauf. Das ist so eine, ich will nicht sagen kilometerlange, aber eine ganz, ganz lange Sketchnote, die wir auf den Podcasting-Barcamps verwendet haben, um Neulinge einzuführen. Die war so in DIN A3-Format, glaube ich, ausgedruckt an der Wand gehangen. Und dann konnte man den Neulingen zeigen, was sind denn eigentlich so die wichtigsten Basics, die man braucht im Podcasting-Bereich. So kam die Bebilderung zusammen des Leitfadens. Wir haben dann einen Podcast-Canvas noch mit hinzugefügt. Bei vielen von den LernOS-Leitfäden gibt es immer so ein Canvas, so ähnlich wie ein Business-Model-Canvas. Kennt ihr vielleicht vom Alex Osterwalder. Das ist ein sehr schönes Einstiegsinstrument, um den eigenen Podcast zu planen. Und wir haben eigentlich in den Leitfäden immer so einen Lernpfad mit so Cutters. Wer vielleicht seine Kinder mal auf so einem Coder-Dojo hatte, kennt das. Das Cutters sind so Übungen, mit denen man Kinder ans Programmieren ranführt. Und so haben wir quasi auch in dem Lernpfad quasi so ein Set an Übungen, um quasi das Podcasting zu lernen. Die sind jetzt, deswegen, Shaquille hat es vorhin gesagt, hat ein bisschen gedauert im Februar 2022, sind jetzt tatsächlich die Übungen alle fertig geworden. Genau, wie muss man sich das vorstellen, wenn man lernt in so einem Lernpfad? Wir haben da so ein bisschen Andehnung genommen an Scrum. Also, wenn wir jetzt über selbstorganisiertes Lernen nachdenken, ich stecke mir selber das Ziel, Podcasting zu lernen, haben wir gesagt, das kann man in so Sprints machen, so in Anlehnung an den Jahreskalender, teilen wir das Jahr einfach mal in die vier Quartale, so wie früher halt Schuljahre oder Semester. Und haben gesagt, jeder Sprint hat ein Planning und eine Retrospektive, so wie man das in Scrum macht. Aber halt nicht mit ein oder zwei Wochenfrequenz, sondern eben mit einer Quartalsfrequenz. Man plant hier am Anfang, was hat man eigentlich vor? Will ich jetzt lernen zu podcasten? Will ich lernen, irgendwie Podcast-Infrastruktur in meiner Organisation auf die Beine zu stellen? Will ich ein Podcast-Netzwerk aufbauen? Also gibt es ja sehr viele verschiedene Zielstellungen, die man haben kann. Der Lernpfad gibt einem in der Regel dann eben für die Wochen 1 bis 11 diese Cutters oder Übungen vor. Können wir nachher gerne auch reinschauen. Wir haben zwei so Boxen-Stops innen drin, dass man mal kurz innehält und reflektiert, ist man dann noch auf dem richtigen Weg, geht die Lernreise in die richtige Richtung. Und man hat hinten eine Retrospektive, wo man dann sagt, na, habe ich denn das erreicht, was ich erreichen wollte? Muss ich vielleicht noch einen Sprint dranhängen und das Ganze vertiefen? Und lebenslanges Lernen deswegen, weil sich das eben im Prinzip lebenslang wiederholt. Also theoretisch könnte man sich das vorstellen, als die Ausbildung oder die Universität lebenslang fortgesetzt. Und ein so ein Lernpfad ist eben der für Podcasting. Wenn man da reinschaut, ich habe einfach mal die Überschriften der 11 Cutters da reingepackt. Es gibt so einen Getting Started Cutter, wo man sich mal so mit Basics auseinandersetzt. Also Grundbegriffen im Podcasting, wie sehen da eigentlich Workflows aus? Was brauche ich da für Ausstattung? Wenn wir an Organisationen schauen, typischerweise, wenn man Leute ausstattet für so Videokonferenzen zum Beispiel und auch die Softwareausstattung auf dem PC ist, die ist erst mal nicht ganz optimal für Podcasting. Also man kann damit anfangen, aber man muss ein bisschen lernen, wo da vielleicht die Grenzen sind und was man braucht, um so richtig professionelles Audio auch machen zu können. Also das ist so Getting Started. Dann fängt man eigentlich an, erst mal Podcasts zu hören. Viele machen das noch gar nicht. Könnt ihr da mal, wer selber schon Podcasts hört, mal so den Namen des eigenen Lieblings-Podcasts in den Chat stecken? Dann kriegt man so ein kleines Beispiel oder Gefühl mal dafür, wer eigentlich schon Podcasts hört. Und ganz viele machen auch noch keine. Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn man am Anfang sich auch mal trifft und austauscht und sagt, das sind so Role Models, Podcasts, die sind so ähnlich, die machen das so, wie ich es gerne machen würde. Genau, sehe ich im Chat schon fest und flauschig als ein Beispiel. Ja, da kann man sich viel abgucken und auch sagen, gut, wie soll denn mein eigenes Format aussehen, indem man sich einfach an anderen orientiert. Genau, Creator sehe ich. Kenne ich noch gar nicht. 99% Invisible, ja, sehr bekannt. Bears on Tour in Pegaso Reise. Okay, das klingt aus. Sehr schön, da hat der Chat schon wieder für meinen Podcatcher was gebracht. Will ich nachher dann mal ergänzen. Genau, dann arbeitet man quasi mit dem Podcast Canvas. Den zeige ich auch gleich noch, um mal so schon mal die Eckdaten des eigenen Podcasts abzustecken. Also, was für eine Technik vernutzt man? Was soll das Format sein? Wo wird er veröffentlicht? Also, welchen Podhost nutze ich? Also, Fragestellungen. Und dann versuchen wir mal möglichst schnell, die Leute dazu zu kriegen, auch selber mal aufzunehmen. Da gibt es im Podcasting das Konstrukt der sogenannten Nullnummer. Die Nullnummer ist sozusagen eine sehr kurze Aufnahme, indem man mal für sich selber sozusagen erzählt. Also, man veröffentlicht es in der Regel, was der eigene Podcast eigentlich ist und was man damit vorhat und wie oft er erscheinen soll und welche Themen es gibt. Das hat den Vorteil, dass die in der Regel sehr kurz ist. Also, die Nullnummer ist meist nur wenige Minuten lang. Und das zwingt einen mal auf Basis des eigenen Podcast Canvas, mal so einen Elevator-Pitch zu machen. Also, mal so in ein paar Minuten zu sagen, was habe ich da eigentlich vor? Das ist eine sehr schöne erste Übung, um mal mit Technik so ein bisschen warm zu werden, aber auch diese Nullnummer auch mal anderen zu zeigen, anhören zu lassen und sich da Feedback zu holen. Und dann alterniert es immer. Man hat die Nullnummer aufgenommen, man hört sich die an, hat man vielleicht Hall im Raum, taugt das Mikrofon schon, hört sich das gut an. Da beschäftigt man sich dann in der fünften Woche mit dem Thema das eigene Studio, in Anführungszeichen. Es gibt tatsächlich Leute, die bauen sich so ein richtiges Studio, wenn sie auf den Geschmack gekommen sind. Meist ist es aber ein Raum irgendwo im Büro oder jetzt die letzten zwei Jahre im Homeoffice, wo man sich da die Podcast-Aufnahmen macht oder auch im Großraumbüro, wo man irgendwo so eine Nische hat, wo es vielleicht Hintergrundgeräusch gibt. Kann man sich damit beschäftigen, wie man da eben den Ton verbessern kann. Dann macht man so richtig die erste Episode, holt sich dazu wieder Feedback, beschäftigt sich in der Woche 7 dann mit der eigenen Podcast-Website. Ich weiß nicht, wenn jemand vielleicht nur in meinem Bekanntenkreis höre ich das öfter, wenn ich Podcast sage, sagen alle sofort, ah, Spotify. Spotify ist so streng genommen eigentlich gar kein Podcast, weil zum Podcast gehört ein RSS-Feed, wo eine Audiodatei dranhängt und das gibt es bei Spotify nicht. Das ist eigentlich Audio-on-Demand. Das heißt, wenn ich jetzt nicht zu so Plattformen gehe wie Spotify, da muss ich mir Gedanken machen, wo spiele ich denn den Podcast aus. Das ist eben typischerweise im Internet eine Website, die so ähnlich aussieht wie ein Blog. Bevor der Steve Jobs diesen Begriff Podcast geprägt hat, hieß Podcasting auch Audio-Blogging. Also im Wesentlichen ist das wie ein Blog. Die neuen Episoden erscheinen immer oben und schieben die anderen nach unten raus. Und im Intranet brauche ich eben auch eine Intranet-Page, auf der ich sowas ähnliches wie Blogging machen kann. Das ist heutzutage oft. Entweder hat man auch sowas wie WordPress im Internet oder eben was im Moment sehr stark im Kommen ist, das ganze Thema SharePoint Online plus Stream plus die Emma als Podcasting-Plattform. Genau, achte Woche macht man dann die zweite Episode. Das hätte man theoretisch, wenn die Episoden klappen, Nullnummer plus zwei Episoden, habe ich schon mal drei Audios im Köcher, mit denen ich dann nach draußen gehen könnte. Und das ist dann auch der Ansatz in der Woche neun, die tatsächlich zu publizieren. Da hat man dann schon gelernt, wie ist so meine eigene Schneidestrategie? Will ich viel schneiden, wenig schneiden? Lasse ich die M's drin oder nicht? Schreibe ich Shownotes? Also sprich Stichwort adige Notizen, was in dem Podcast vorkommt? Mache ich Kapitelmarken? Will ich zu jeder Episode ein eigenes Episodenbild machen oder nicht? Da hängt außenrum dann mehr dran als nur die Aufnahme und der Schnitt. Also die zu publizieren. Und dann gibt es eine eigene Woche, die haben wir mal überschrieben mit Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Weil viele nämlich machen das nur bis zu dem Schritt neun. Also die publizieren die Episoden, egal jetzt ob Internet oder Intranet, und hoffen dann, dass in ihre Zielgruppe die Bude einrennt. Und sind dann so ein bisschen enttäuscht, weil vielleicht die Downloadzahlen nicht so hoch sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Das liegt zum einen dran, dass Podcast in vielen Intranets noch ein recht ungewohntes Medium ist. Also es wird viel mit Text und mit Bildern kommuniziert. Auch mit Video wird mittlerweile viel kommuniziert, aber da eher so kurze Videos, also eher so 5-Minuten-Videos oder sowas. Und wenn man dann mit so einem typischen Podcast daherkommt, eine Dreiviertelstunde oder länger, da fängt es schon an, wie kriege ich den überhaupt auf mein Endgerät? Ich habe ja nie eine Dreiviertelstunde Zeit am Schreibtisch, das zu hören. Wie kriege ich das auf dem Smartphone? Und da ist eben sehr viel Kommunikationsarbeit notwendig. Deswegen ist da eine eigene Woche quasi diesem Thema, wie kommuniziere ich das? Wie baue ich mir ein Multiplikatoren-Netzwerk auf rund um meinen Podcast gewidmet? Nun, die elfte Woche, viele Lern-OS-Circle macht man so entweder ein Tandem zu zweit, also dass man gemeinsam lernt oder in so einer Gruppe von 4-5 Leuten. Das heißt, da hätten wir 4-5 Leute, die da ihren eigenen Podcast gestartet haben oder 5 Leute starten zwei oder drei Podcasts, weil es Gruppenpodcasts sind zum Teil. Da macht man so ähnlich wie bei einer Product-Klinik im Innovationsmanagement, so eine Podcast-Klinik haben wir das genannt, wo man sich sozusagen gegenseitig Feedback gibt zu den Podcast-Websites, zu den Episoden und dann eben entsprechend gewappnet ist, um seinen Podcast ganz normal in den Regelbetrieb zu überführen. Jetzt habe ich da ein paar Beispiele mal reingepackt. So sieht es aus, Podcasting-Canvas. Ich habe das so gemacht, wenn ich nachher den Link zu den Folien-Chat poste, wenn ihr auf die Grafiken klickt, landet immer direkt auch im Leitfaden, wo das entsprechend auch beschrieben ist. Das heißt, da fängt man halt in der Regel an, jetzt hier in der Mitte, mit was ist eigentlich der Zweck meines Podcasts? Wer ist der Host und die Gäste? Wo mache ich das Pod-Hosting? Wer sind eigentlich meine Zielgruppen? Und da vielleicht ein Satz noch dazu. Mit diesen Canvassen arbeitet man eigentlich so, dass man die irgendwo auf dem Whiteboard-Tool packt. Vielleicht habt ihr Conceptboard oder Mural oder Miro oder MS-Whiteboard oder sowas. Und dann mit Post-its anfängt, quasi sein Konzept zu erstellen. Und das deswegen, weil man eben in der Regel, wenn man jetzt so ein innovatives Produkt macht wie einen neuen Podcast, das nicht von oben nach unten linear durchspezifizieren kann, sondern immer wieder auf andere Ideen kommt und da eben man möglichst visuell alle Aspekte des eigenen Podcasts im Blick haben möchte. Deswegen finde ich das ganz schön, mit solchen Canvassungen zu arbeiten. Das ist eines. Dann gibt es ein eigenes Kapitel in den Grundlagen zum Workflow. Das halte ich auch für wichtig, weil da muss man für sich ein Gespür entwickeln, wie viel Zeit kann ich denn da investieren und will ich investieren. Ich habe, wenn ich jetzt nicht, also auch wenn ich alleine podcast, insbesondere aber, wenn es mit Gästen ist, ich habe sehr viel Aufwand vorneweg, Planung und Abstimmung, also um welche Themen soll es gehen, brauche ich einen Feedback-Loop, muss ich Sachen freigeben lassen, bevor sie publiziert werden können, was dann oft, wenn man jetzt über interne Podcasts spricht, in One Notes meinetwegen stattfindet, und dann habe ich den Aspekt der Aufnahme. Vor Corona-Zeit sehr viel lokale Aufnahme. Ich habe mal hier so ein paar Geräte, können wir nachher auch noch drüber sprechen. Typisch so ein Audio-Rekorder, wo man dann so Headsets, wie ich es auf habe, anschließt und sich einfach um den Tisch setzt und podcastet. Moment, jetzt ist mein Screenshare, glaube ich, weggegangen, oder? Seht ihr das noch? Ich sehe, okay, ich sehe es schwarz jetzt nämlich. Sehr gut. Genau, dann aber auch der Aspekt, jetzt in Corona, aber auch gerade in internationalen Konzernen, das ganze Thema Remote-Podcasting. Also ich habe Remote-Gäste, Gästinnen über die Cloud irgendwie, was ich typischerweise nicht mit so Videokonferenz-Tools machen will, weil die eher Telefonie-Qualität, also wenn die so G722-Kodec können, mit 7 Kilohertz sind die schon gut, aber das ist halt kein Studio-Sound. Also da kriegt man nochmal neue Aspekte rein und auch das Thema Livestreamen. Ich weiß nicht, ob ihr das so letztes Jahr mitgekriegt habt, so Trends wie Clubhouse oder jetzt Twitter-Spaces, die Audio-Spaces in LinkedIn. Also das kommt auch immer mehr, so das Thema Livestreaming von Audio-Content. Auch sowas kann man intern eben mit Plattformen wie Microsoft Stream oder anderen eben machen. Dann das ganze Thema Bearbeiten und Exportieren, wo man auch für sich so festlegen muss, wie viel Aufwand stecke ich denn da rein. Da gibt es so eine Ende der Bandbreite ist, ich drücke Aufnahmen, ich drücke Stopp und das, was aufgenommen worden ist, veröffentliche ich. Es gibt Leute, die stecken wahnsinnig viel Zeit in die Nachbearbeitung. Ich bin zum Beispiel so jemand, ich brauche so ungefähr Faktor 1 bis 1,5 in Bezug auf die Aufnahmelänge. Also wenn ich eine Stunde Podcast habe, stecke ich da nochmal eine Stunde bis eineinhalb Stunden in die Nachbereitung, mehr aber auch nicht. Also das muss man sich überlegen im Workflow. Das ist dann eben in einem Leitfaden beschrieben. Dann kommt so dieses Publizieren, also das Hochladen in Podhost und auch Beschreiben, Show Notes und solche Dinge. Und dann habe ich eben das Veröffentlichen und Kommunizieren. Und dann hat man eben in einem Leitfaden so Grafiken. Ich kann auch hier wieder klicken. Dann landet man eben an der Stelle, wo das dann beschrieben wird in Einzelkapiteln und kann sich da eben für sich selber sozusagen den richtigen Weg suchen. Genau, da gibt es so Grafiken. Ich habe jetzt mal eine rausgenommen. Sketchnoting. Was kann alles Gemeines in so einem Studio passieren? Vielleicht hat man irgendwie einen Besprechungsraum gebucht und ist froh, dass man da alleine drin sitzt, aber irgendwie klingt der Ton doch nicht so toll. Da gibt es dann hier eben sehr viele Tipps und Tricks. Angefangen bei Übersprechen von Mikrofonen. Dass ich eigentlich in meinem Mikrofon spreche, aber wenn mein Gegenüber jetzt ein nicht sehr gerichtetes Mikrofon habe, ich gleichzeitig in seines auch noch spreche, dann bekommt man da Störgeräusche. Oder es kommen von draußen Störgeräusche, wo ich nichts gegen machen kann. Oder auch sehr beliebt, ich habe ein Mikrofon auf den Tisch stellen, jemand stellt ständig seine Kaffeetasse drauf, das habe ich auf der Aufnahme. Bis hin zu Hall. Wenn ich jetzt Räume habe mit glatten Wänden, dann hat man da sehr viele Reflektionen. Und da steht eben so ein bisschen drin im Kapitel, was man dagegen machen kann. An ganz einfachen Maßnahmen bis hin zu zum Beispiel Basotect, wo man sagt, man fängt an, schallschluckendes Material in dem Raum so zu positionieren, um da eben Störgeräusche wegzublocken. Genau, und letztes Beispiel, was ich noch aus dem Leitfaden drin habe. Wir haben so eine Liste an Materialien. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ich motiviere alle, irgendwie mit dem Equipment anzufangen, zu podcasten, das man hat. Meist ist ja anders, als wenn man jetzt Skifahren lernt. Da hat man vielleicht noch keine Ski und muss sich welche kaufen oder ausleihen. Für Podcasting hat man ja vieles schon. Also was ich angefangen beim Smartphone, das wahrscheinlich jeder hat, oder bei einem Tablet, wo ja ein Mikrofon eingebaut ist, wo ich theoretisch mit aufnehmen kann, wo es auch Apps gibt, mit denen ich schneiden kann. Also ich empfehle immer da, jetzt nicht ewig so einen Materialfetisch zu machen und zu sagen, ich kann erst anfangen, wenn ich das tollste Mikrofon habe. Aber man kommt relativ schnell zu dem Punkt, wo man sagt, das, was ich vielleicht von meiner Organisation bekommen habe oder das, was ich selber habe, reicht mir an Qualität nicht. Da stößt man so an so eine typische Grenze. Und da gibt es eben, da kann ich auch mal gerade draufklicken, haben wir mal zusammengesammelt im Anhang, gibt es so ein Materiallistekapitel. Da ist sozusagen an Hard und Software mal das gelistet, was im Podcasting-Bereich so typischerweise eingesetzt wird. Also das ist bei Weitem nicht alles, da gibt es viel, viel mehr. Aber ich habe mal so gesagt, 80-20, wenn man mal in der Podcasting-Community sich umhört, mit was podcasten die Leute so, habe versucht, dass in dieser Liste sozusagen das drin ist, wo ich so um 80 Prozent sozusagen weit komme. Und da gehört jetzt dazu, was ihr bei mir seht, so Headsets, also Mikrofon-Kopfhörerkombinationen, dann diese ganze Schiene Audio-Interfaces, also wie kriege ich jetzt sinnvoll Audio in den Rechner rein, Mischpulte teilweise, also wenn ich mit Soundeffekten arbeiten will, nur so was, dann brauchen wir halt so kleine Mischpulte. Das kann man in der Regel mit so Videokonferenz-Software und so nicht machen, Headsets. Dann die ganze Schiene DAWs, also Digital Audio Workstations, das ist im Prinzip, was in der Videobearbeitung der Video-Editor ist. Man könnte da auch Audio-Editor sagen, heißt aber DAW. Also angefangen bei Adobe Audition beispielsweise, so ein Profi-Tool, aber eben auch so was wie Audacity als Open-Source-Tool oder Repub plus Ultraschall, was hier in Deutschland sehr beliebt ist. Da gibt es hier so ein eigenes, ganz eigenes Kapitel Software, wo wir eben auch versucht haben, ich springe mal auf Audacity, vielleicht hat das der eine oder die andere schon mal gesehen, nur sozusagen die wichtigsten Tools, die da im Einsatz sind, eben auch mal zu listen. ist auch hier in der Präsentation verlinkt. Genau, dann vielleicht, bevor wir dann zu euren Fragen kommen, der Hinweis noch, es gibt recht verschiedene Versionen des Leitfadens. Also ihr habt vielleicht hier schon gesehen, das ist so die Version, auf die wir großen Fokus haben, also diese Web-Version, weil man die auch schön durchsuchen kann. Wenn einer sagt, Simon hat ja irgendwo Audacity gesagt, kann ich die Seite durchsuchen. Wir haben hier aber auch rechts am Rand, gibt es so einen Download-Bereich, das heißt, da könnt ihr auch eine PDF-Version, eine Word-Version, wer will E-Book-Versionen für Kindle oder Pocket-Reader oder so runterladen. Also das soll keine Lernbarriere sein, schnappt euch da das Format, was ihr braucht. Da sind wir auch ständig dabei, das auszubauen. Also es soll jetzt zunächst auch eine OneNote-Version geben, dass man das in den ganzen Leitfaden in OneNote hat. Oder auch eine Audiobook-Version, das ist auch spannend für Podcasting, kann ich so einen Leitfaden in der Audio-Variante vielleicht auch anbieten. Genau, wichtig denke ich, wenn jetzt jemand so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, ich merke das immer bei diesen Podcasting-Barcamps, da trifft man oft, also vor Corona-Zeit in echt, Leute, die dann immer erzählen, ja, sie sind jetzt kurz davor, ihren Podcast zu starten, aber ihnen fehlt noch das Mikrofon oder der Gesprächspartner und das hört man dann im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr wieder. Also ich glaube, wichtig, ist, dass man einfach mal anfängt, mit etwas auszuprobieren, Experimente machen. Das ist aber überhaupt kein Problem, wenn die ersten Aufnahmen dann nichts sind. Die schmeißt man einfach weg oder stellt es ins Internet, da ist genug Platz. Also da kann nochmal die ersten zwei, drei Episoden nicht so gut sein und sie werden dann besser. Ich gebe als Tipp noch dazu das Sendegate. Das ist eine riesengroße Community von Podcaster und Podcasterinnen hier in Deutschland. Das sind, glaube ich, so über 3.000 Leute. Da kann man im Prinzip alles an Fragen stellen zu Planung, zur Aufnahme, zum Senden, Vermarkten von Podcasts. Also da wird einem eigentlich immer geholfen. Dann habe ich als Tipp noch mitgebracht den Peerfinder von dem Leonid. Das ist so eine Plattform, wo man so Lerngruppen finden kann. Die, wenn man jetzt sagt, hier oben sieht man sogar einen Screenshot. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Gemeinsam Podcasting lernen. Dann kann man sagen, okay, ich würde gerne Podcasting lernen, aber allein ist nicht mein Ding. Dann kann man da so eine Gruppe anlegen und schauen, ob man andere findet, die da mitpodcasten wollen. Und noch als kleiner Veranstaltungshinweis. Wir machen am 24.03. haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht so ein Audio-Barcamp. Das ist quasi ein Barcamp zu Audio- und Podcasting in Organisationen. Also da ist der Fokus eher intern. Und das findet auch in Teams statt, aber eben Audio-only. Also da gibt es kein Screenshare und kein Video. Und auch dort wird es eben viel um das Thema Podcasting gehen. Genau. Hinten in der Präsentation, ich poste euch gleich den Link rein, einfach noch ein paar Links, wo man die Infos findet, über die ich gesprochen habe. Wir haben so als Slogan Keep Carmen, Learn On. Also startet damit, verzweifelt nicht, wenn mal was schief geht. Ich habe auch schon viele Aufnahmen verbockt und Sachen haben nicht geklappt. Das ist so. Wenn ihr Fragen habt, noch dann hinterher, die wir jetzt heute nicht klären können, könnt ihr den QR-Code scannen und dann könnt ihr mit mir auch in Kontakt treten, dass ihr im Prinzip meine Kontaktdaten treten. Ja, das ist, was ich euch jetzt mal erzählen wollte als Input. Ich stoppe mal hier die Aufnahme bei mir und dann können wir schauen, ob es von eurer Seite aus noch Fragen oder Kommentare oder Hinweise gibt. Ich denke, jetzt haben wir mal so ein Viertelstündchen oder so noch Zeit. Dann könnten wir die noch dann können wir die noch und dann können wir die noch mal.